Vielleicht kennt ihr den Spruch kein Backup, kein Mitleid und dieser Spruch ist so wahr wie nie zuvor, weil es schon immer war. Aber wir wollen uns in diesem Video angucken, warum Backups so wichtig sind und welche Backup-Lösung ich eigentlich so für mich gefunden habe. Die ist nicht ganz so obvious, aber ich beziehe mich jetzt hier erstmal auf private Backups, das heißt nicht unbedingt Server-Backups. Wobei ich da auch mal wieder eins machen sollte, fällt mir gerade so ein und naja, zunächst mal wollen wir uns fragen, warum machen wir eigentlich Backups? Und die Antwort darauf ist relativ simpel. Backups zu machen ist günstiger, als keine Backups zu haben und dann Daten zu verlieren. Das heißt, ein Ausfall ist im Zweifelsfall wirklich sehr, sehr teuer. Wenn wir jetzt mal von der privaten Seite wegrutschen auf die Unternehmensseite, nehmen wir einfach mal an, Krankenhaus, ja. Nehmen wir an, ein Krankenhaus bekommt ein Ransomware und das ist schon mehrfach vorgekommen, die Patientenakten sind alle weg. Die sind teilweise noch nicht digitalisiert und manche sind einfach noch nicht digitalisiert und dann haben die wirklich ein Problem. Die Daten sind weg, die Patienten müssen nochmal gemessen werden und das ist für ein Krankenhaus meistens einfach nicht tragbar. Wenn wir auf ein normales Unternehmen gehen, dann sind da Datenbanken weg, dann sind da vielleicht Code weg, dann sind da Mitarbeiterdaten weg, dann sind da Verträge weg. Das ist absolut katastrophal und wenn wir sogar im privaten Bereich gehen, wird es nicht besser meiner Meinung nach, denn Fotos von der Großmutter, die verstorben ist oder Fotos von den Zeiten, wo man jung war, solche Bilder sind mehr wert, als man in Geld messen kann, zumindest für mich. Und da gibt es natürlich noch ganz viele andere Daten, die nicht nur Geld wert sind, sondern auch wirklich einen hohen individuellen Wert und ja, so haben. So und deswegen müsst ihr natürlich immer dafür sorgen, dass eure Daten sicher sind. Aber im heutigen Zeitalter sind Ransomwares leider, leider ziemlich häufig und deswegen möchte man höchstwahrscheinlich seine Daten irgendwie schützen. Und das macht man mit einem Backup. Backups sind dazu da, dass wir eure Daten einfach irgendwo hin speichern und ihr diese Daten im Fall von einem Ausfall, im Fall von einem, naja, Verlust wieder bekommen könnt. Das bedeutet sowas wie zum Beispiel auf eine externe Festplatte kopieren und dann einfach eure Daten da haben. Das ist eine Backup-Lösung. Aber diese Backup-Lösung ist, sagen wir mal, semi-optimal, denn naja, ihr müsstet quasi am besten jeden Tag eure privaten Daten auf eine Festplatte kopieren und die dort speichern. Und das ist halt nicht so effizient und außerdem sind Festplatten sogar relativ teuer. Und Festplatten können ausfallen. Festplatten fallen sogar regelmäßig mal aus. Ich habe schon mindestens vier geschrottete externe Festplatten hier rumfahren und auf einer hatte ich gerade angefangen, Daten drauf zu kopieren. Die sind jetzt leider weg. Zum Glück war es nichts Schlimmes und nichts Wichtiges, aber ja, Festplatten sind nicht unbedingt immer die beste Lösung für irgendwelche Backups, weil ich meine, die können zu kalt bekommen, die können zu warm bekommen, die können einfach ausfallen. Also gehen viele Leute mittlerweile her und haben ein NAS, ein Network Attached Storage in einem RAID gespeichert. Das hört sich schon mal sehr komplex an. Ein NAS ist im Endeffekt ein kleines System. Viele benutzen dafür auch ein Raspberry Pi und schließen da quasi Festplatten dran an. So, Problem hierbei ist jetzt allerdings, sie sind immer noch, also im Endeffekt, wenn eine Festplatte ausfällt, covert die andere Festplatte den Datenverlust von der einen Festplatte. Das heißt, die Daten sind nicht verloren, sondern sie sind noch da und man muss halt nur die Festplatte auswechseln. Aber, und jetzt kommt der große Punkt, bei einem NAS habt ihr immer noch alles on-site. Das heißt, ihr seid im selben Netzwerk. Und wenn ihr im selben Netzwerk seid und eine Ransomware habt, die sich im Netzwerk verbreitet und Daten auf eurem PC verschlüsselt, dann verschlüsselt ihr auch höchstwahrscheinlich die Daten von eurem NAS. So, und wenn jetzt die Daten von eurem NAS verschlüsselt sind, dann sind alle Daten auch weg. Das heißt, ihr habt hier wieder mal keine Lösung, die wirklich irgendwie sinnvoll ist. Also, man muss davon ausgehen, dass sich eine Ransomware im Netzwerk verteilt heutzutage. Und deswegen empfehle ich euch ein Off-Site-Backup. Das ist im Endeffekt eine Backup-Lösung, die nicht bei euch in der Wohnung steht. Kleiner Bonus obendrauf, wenn eure Wohnung abbrennt, sind eure Daten nicht futsch, weil sie sind außerhalb von eurer Wohnung gelagert. Und für viele Leute sind heutzutage, bevor ihr jetzt hier irgendwie anfangen, drum zu lachen, für viele Leute sind heutzutage die Daten weniger ersetzbar als die Wohnung. Denn, naja, eine Wohnung kann wieder aufgebaut werden. Manche Daten, wie zum Beispiel Fotos von der verstorbenen Oma, die nur ihr besitzt, die sind nicht mehr wiederbekommen. Das heißt, ihr habt nicht die Chance, manche Daten wiederherzustellen. Und bei verbrannten Festplatten kann man sie auch nicht irgendwie von jemandem Experten oder sowas wiederherstellen lassen. Deswegen Backup-Lösung Off-Site. Also wirklich in einem anderen Gebäude. So, jetzt natürlich die Frage, was für andere Anforderungen haben wir eigentlich? Also ich meine, wenn wir das ganze Ding Off-Site haben, dann brauchen wir irgendwo einen zweiten Server oder irgendeinen Server, wo irgendwas gespeichert werden kann. So, und dieses Irgendwas sollte am besten relativ günstig sein. Es sollte am besten auch verschlüsselt sein. Und, naja, wir sollten natürlich unsere Daten auch wiederbekommen. Die Frage ist natürlich, wie wir das machen. Und im allerbesten Fall kommt das Ganze noch mit einer Software, die uns die Backups automatisch zum Beispiel alle paar Monate oder alle paar Wochen oder am besten jeden Tag macht. Und, naja, also ich persönlich habe hier mehrere Terabyte an Tutorials und Videos rumfahren, die ihr übrigens alle bei mir auf dem Kanal findet, was aber keine gute Backup-Lösung ist, weil sie dort komprimiert werden. Das heißt, ich möchte natürlich, dass meine Tutorials auch noch gleichzeitig alle in RAW hochgeladen werden können. Das heißt, ohne Limits. Also ich will keinen Terabyte-Limit haben. So, und jetzt suchen wir einfach mal nach einer Lösung, die einigermaßen günstig ist, verschlüsselte Backups liefert, regelmäßig das Ganze von selbst ausführt am besten, skaliert und angenehme Möglichkeiten zur Wiederherstellung bietet und in der Cloud ist. So, und ja, da habe ich jetzt eine Lösung, die mir Unleashed Design, auch ein YouTuber, empfohlen hat. Ich verlinke euch seinen Channel in der Beschreibung, wenn ich dran denke. Wenn ich nicht dran denke, bitte sagt es mir, dann habe ich das vergessen. Aber ja, wir wollen uns eine Lösung hier angucken. Er hat mir damals Backblaze empfohlen. Wichtig hier allerdings vielleicht noch kurz zu sagen, diese Lösung oder mein Video ist nicht gesponsert. Das heißt, ich kriege kein Geld von Backblaze oder sowas. Das ist einfach die Lösung, die ich verwende und die für mich funktioniert. Aber wenn ihr eine andere Lösung habt, die für euch gut funktioniert, dann schreibt mir die ganz gerne in die Kommentare. Es sollte aber möglichst einfach sein, günstig, verschlüsselung, automatisch, Skalierung und eine angenehme Wiederherstellung haben. Das sind so die Bedingungen. Aber ja, natürlich, schreibt mir eure Lösung gerne in die Kommandozeile, dann bin ich auch glücklich. Vielleicht mache ich dann best von euren oder best auf eure Wiederherstellung oder Backup-Lösung. Und natürlich ist mir bewusst, dass man auch seinen eigenen Server verwenden kann dafür. Aber ja, wir wollen uns jetzt mal kurz Backblaze angucken, weil wirklich die Lösung halt deutlich einfacher ist, als wenn ich mir jetzt einen Server mieten muss und deutlich günstiger auch, als wenn ich mir jetzt einen Server mit unendlich Terabyte mieten muss. Okay, und deswegen hier mal ganz kurz. Es gibt drei Varianten von Backblaze. Es gibt persönliches Backup, es gibt das Unternehmens-Backup und es gibt das B2 Cloud Storage. Das Unternehmens-Backup, naja, ist im Endeffekt nicht so besonders, sage ich jetzt mal, weil es im Endeffekt nur die Möglichkeit hat, dass mehrere Nutzer sich was teilen. Okay, aber nicht unbedingt das, was ihr jetzt hier braucht. Wobei ihr hier allerdings ein NAS zum Beispiel anschließen könnt, was natürlich super geil ist, falls ihr ein NAS besitzt. Also vielleicht für euch recht interessant. Das Personal Backup ist quasi das Business Backup, nur halt mit ein bisschen weniger, wo einfach der komplette PC abgebackupt wird, ja. Und das Ganze kostet 6 Dollar pro Monat, beziehungsweise 60 Dollar pro Jahr, was, oder 60 Euro pro Jahr sind es, glaube ich, was wirklich, wirklich wenig ist. 60 Euro pro Jahr kann man wirklich verschmerzen als Backup-Lösung. So, und der coole Punkt hier ist halt echt, ihr könnt unendlich, also ihr habt keine Geschwindigkeitslimits oder sowas, ihr habt unendlich Dateien, unendlich File-Size und es ist völlig egal, was für eine Datei es ist. Also ich kann hier ZIP-Dateien archivieren, ich kann aber auch Videos archivieren, ich kann alles hochladen und ich habe hier auch mehrere Terabyte tatsächlich online. Also das muss man sich mal so überlegen. Dauert natürlich eine halbe Ewigkeit, das hochzuladen. Das heißt, euer erstes Backup wird wahrscheinlich nicht 917 Megabyte haben. Bei mir waren es, glaube ich, 5 Terabyte oder sowas, die da hochgeladen wurden. Das ist ziemlich krass. Und ja, was man hier tatsächlich als Restore-Funktion hat, und das finde ich persönlich sehr geil, wenn eure Dateien kaputt gehen, dann könnt ihr sagen, hey, schickt mir eine externe Festplatte mit bis zu 8 Terabyte, und das kostet halt 189 Dollar. So, diese 189 Dollar sind ungefähr der Preis, den ich so für eine 8 Terabyte Festplatte zahle, beziehungsweise noch ein kleines bisschen mehr. Und das ist wirklich fair, meiner Meinung nach. Was man aber auch machen kann, ist, man kann einfach die Festplatte wieder zurückschicken innerhalb von 30 Tagen und bekommt diese 189 Dollar wieder. Das bedeutet, man bekommt quasi eine Festplatte ausgeliehen. So, und das bedeutet, ich habe halt wirklich null Kosten zum Wiederherstellen und kriege sogar ein physisches Medium, um die Dateien wiederzubekommen. Was natürlich sehr, sehr angenehm ist, wenn man sich das mal so überlegt. Dann hier steht zwar dabei, dass die ganzen Sachen natürlich stark gesichert sind, also eben mit sicheren Datencentern, 42 Stunden, genau, 24 Stunden Betreuung, biometrischer Sicherheit, also irgendwie Augenscanner oder sowas, und natürlich Redundanz. Redundanz, glaube ich Ihnen, biometrische Sicherheit, glaube ich Ihnen auch. Und das 24-Hour-Starf, glaube ich Ihnen auch, ohne Probleme. Und was man hier auch sehen muss, ist, ich habe hier zum Beispiel diese Backup Encryption, ja. Die ist zwar jetzt hier angeschrieben und ich komme auch tatsächlich, also wenn ich jetzt meine Daten wieder haben möchte und ich habe mein Passwort nicht, dann komme ich persönlich nicht an meine Daten. Ich habe es ausprobiert. Aber, und das ist der große Punkt, man weiß natürlich nicht, ob das jetzt im Hintergrund bei Backblaze auch wirklich so verschlüsselt wird. Da muss man Ihnen entweder vertrauen oder das Video hier zu Ende gucken. Aber ja, wenn ihr denen einfach so vertraut, dass die hier quasi eure Daten verschlüsseln, was sie vermutlich tun und ihr wirklich nur wieder mit eurem Backup Key beziehungsweise mit eurem Passwort da drankommt, dann könnt ihr eigentlich auch meine letzte Lösung noch gedroht überspringen. Das heißt, Verschlüsselung haben wir auch. Wir haben eine Skalierung ohne Limits und die Software, naja, kommen wir mal ganz kurz noch zur Software. Also wir haben eine gute Wiederherstellung, wir haben gute Kosten, aber jetzt natürlich diese Software. So, und da möchte ich euch kurz was zeigen. Das ist diese Software hier. Diese Backup oder Backblaze Control Panel, das startet sich quasi mit eurem System und backupt dann eure Dateien, so wie ihr es eben eingestellt habt. Ihr könnt da sagen, hey, ich möchte diese Dateien nicht mit Backupen oder ihr sagt, hey, ich möchte diese Dateien mit Backupen. Also ihr könnt quasi einstellen, was alles ins Backup einfließen soll und wie häufig das Backup genutzt werden soll und wie stark es euer Internet belasten soll. Also ob es quasi permanent läuft oder ob es eben halt nur manchmal läuft. So, der große Punkt hier ist jetzt allerdings, diese Software, und dafür hasse ich Backblaze wirklich zutiefst, ja, bitte hört dieses Video Backblaze. Diese Software funktioniert nur unter Mac und unter Windows. Unter Linux funktioniert diese Software nicht. Unter Linux muss man leider einen Umweg gehen und naja, ich habe diesen Umweg mit ein wenig zusätzlichem Umweg in Kauf genommen und zwar dieses B2 Cloud Storage hier. Das könnt ihr alles in eurem Konto quasi aktivieren und dann habt ihr die Möglichkeit hier direkt auf Amazon S3 zu pushen. Das heißt, ihr könnt quasi eure eigenen Buckets anlegen. Ihr bekommt allerdings nur 10 Gigabyte frei und dann zahlt ihr wirklich für jedes Gigabyte. Hier ist die Abrechnung komplett anders. Das heißt, also Personal Backup macht alles für euch, egal wie groß und es ist eigentlich auch Cloud und alles drum und dran. Es hört sich nur ein bisschen anders an. Bei B2 Cloud Storage habt ihr halt wirklich API-Zugriff auf alles. Das bedeutet, ihr habt hier die Möglichkeit, wirklich die Dokumentation, irgendwie ein Skript einzuarbeiten und so weiter und so fort und ihr habt hier ein anderes Pricing. Ihr habt nicht mehr alles for free. Ihr habt natürlich immer noch die Möglichkeit, unendlich viel zu machen, aber ihr zahlt quasi für Backblaze 0,005 Dollar pro Gigabyte pro Monat. Das heißt, nehmen wir mal an, ihr habt 1 Terabyte an Daten. 1 Terabyte sind grob 1000 Gigabyte. Das heißt, ihr habt hier 5 Dollar pro Terabyte pro Monat, die ihr zahlen müsst. Das heißt aber auch in meinem Fall, sagen wir mal, ich habe 5 Terabyte, was ich tatsächlich habe und lade die da alle hoch. Dann zahle ich halt 25 Dollar pro Monat. Das ist ein bisschen nervig. Das heißt, es kommt darauf an, wie viele Daten ihr habt, wie viel ihr dann am Ende tatsächlich bezahlt. Plus natürlich euer Personal Backup, falls ihr das auch noch zusätzlich habt. So, aber diese Lösung hier, die bietet euch wie gesagt API-Zugriff und ihr könnt da quasi, ja, ihr könnt dann quasi mit einem Programm oder sowas euer Backup machen. Und das wollen wir uns jetzt noch mal ein bisschen genauer angucken, denn hier könnt ihr tatsächlich auch natürlich eure eigene Verschlüsselung machen, weil ihr eben nicht auf die Software von Backplace angewiesen seid. So, was ich jetzt unter Linux gemacht habe, um Backplace verwenden zu können und um noch mal von mir, also bei mir auf meinem System, alles zu verschlüsseln und dann hochzuladen, ist folgendes. Ich habe Duplicity genommen. Duplicity ist eine Software, die, genau, eine Backup-Software im Endeffekt ist und ja, natürlich könnt ihr Duplicity auch benutzen, um auf einen anderen Server hochzuladen, der euch gehört. Das ist natürlich überhaupt gar kein Problem. Das heißt, Duplicity ist ja mein ganz klarer Call, den ich euch empfehlen würde, aber damit ihr eine einigermaßen günstige Speicherwiederherstellung und Speicherung auch habt, wie gesagt, wir hatten ja vorhin den Vergleich gesehen, habe ich Backplace dazu genommen. So, aber Achtung, wie gesagt, hier kostet jedes Gigabyte pro Monat separat. Das ist nicht gratis. Das ist ganz wichtig, dass ihr das hier gehört habt. Und so, was ich jetzt gemacht habe, ist im Endeffekt folgendes. Duplicity minus minus Encrypt minus Key. Das ist quasi jetzt, hier kann ich meinen Encryption Key angeben und hier müsst ihr im Endeffekt einfach nur euren GPG, also euren Schlüssel quasi angeben, mit dem ihr verschlüsseln wollt. Hier kommt quasi der Fingerprint hin. Ich sage jetzt hier einfach mal FFF, ja, also ich werde jetzt euch hier nicht mal einen richtigen Schlüsselfingerprint hier anzeigen können, deswegen mache ich das jetzt hier so. Dann könnte ich hier die Verbosity hochstellen, das mache ich auch mal ganz gerne. Verbosity stelle ich auf 7. Und dann, was ich auch sehr wichtig finde persönlich, ist asynchrone Upload. Asynchronous, wie geht das? Asynchronous minus Upload. Asynchronous Upload. Und ja, was ihr dann machen könnt, ist im Endeffekt, ihr könnt angeben, was ihr hinzufügen wollt und was ihr nicht hinzufügen wollt. Und das heißt, ihr müsst zum Beispiel angeben, ich möchte jetzt meine, naja, meine Datei in Run Media, das sind quasi meine Toots, die ich euch jetzt hier zeige, wo die liegen, Morpheus Volume Toots, ja, den möchte ich quasi drin haben. Könnt dann aber auch Sachen machen, wie Exclude, und dann könnt ihr einzelne Ordner Excluden, also sowas wie Home slash Morpheus slash .docker habe ich zum Beispiel Excluded hier, damit das nicht hochgeladen wird, wobei das natürlich ein völlig anderer Ordner ist. Das hat jetzt, das eine hat nichts mit dem anderen zu tun, aber ich habe natürlich nicht nur meine Toots auf Backblaze liegen. So, und durch dieses Encrypten hier habt ihr halt wirklich die Dateien, die bei euch verschlüsselt werden und dann hochgeladen werden. Das ist ziemlich geil eigentlich. Ja, und dann ist natürlich die Frage, wie laden wir das Ganze hoch? Und jetzt habe ich das Ganze so gemacht, oder besser gesagt, ihr könnt das Ganze so machen, ihr könnt euch Buckets erstellen, wie bei S3, bei Amazon, könnt ihr euch Buckets erstellen. Die fangen alle mit B2 an, also quasi Backblaze, ich mache das jetzt, ja, Backblaze, Doppelpunkt, slash, slash, das ist wie eine Adresse sozusagen, das ist ein eigenes Dateienprotokoll und hier kommt dann quasi der Name und der Schlüssel für den Bucket rein, okay? Das wird euch alles direkt bei Backblaze in dem Cloud-Dingens angezeigt, das ist jetzt nicht so schwierig, wie es jetzt hier gerade aussieht. Wie gesagt, das Schwierigste ist, überhaupt mal die Lösung zu haben, dass man hier Duplicity für Backblaze benutzen kann unter Linux, weil es eben keine Linux-Variante dafür gibt. So, was ich dann also gemacht habe, war hier irgendwie, also nehmen wir einfach mal 0A, 0A, 0A als Bucket und dann haben wir hier Dead Beef, Dead Beef, wobei ist es nicht Hexadezimal, also das ist jetzt so ein Beispiel als Schlüssel hier und dann haben wir den Namen von dem ganzen Ding quasi, also erstmal kommt quasi euer Benutzername mit eurem API-Schlüssel sozusagen und dann kommt der Name von eurem, von eurem, ja, Bucket, den ihr erstellt habt und bei mir heißt natürlich einer Tutz. Genau, und das ist im Endeffekt euer Bucket dann, beziehungsweise wenn der Bucket halt schon belegt ist, müsst ihr euch einen anderen Namen einfallen lassen oder sowas. Ich habe den, glaube ich, Working Tutz genannt, weil ich da quasi immer noch dran gearbeitet und dann habe ich noch einen zweiten Ordner, wo ich meine hochgeladenen Tutz, also meine Tutorials, die ich gerade noch am Machen bin, schon gemacht habe, also fertig gemacht habe und nur noch Backupen möchte, die ich dann da auch hochgeladen habe. Jo, und wenn ihr das so macht und das wirklich hochladet, dann habt ihr hier natürlich einen Prozess, der wirklich lange dauert, den kann man ruhig mal im Hintergrund machen. Ich habe den mir auf den Hotkey gelegt und dann, also schaut euch da gerne die Tutorial-Reihe dazu an, findet ihr irgendwie Linux-Automatisierung oder sowas, heißt die bei mir. Und ja, so könnt ihr quasi unter Linux Backplace benutzen und auf eurem System verschlüsseln und das einigermaßen noch günstig eskaliert. Wir haben eigentlich alle Anforderungen erfüllt, die wir haben wollen. Wie gesagt, es ist nicht ganz günstig, aber es ist eigentlich eine Lösung, die ziemlich geil ist. Ihr könnt hier natürlich alle möglichen Orten reinmachen, also ihr könnt euch da wirklich aussuchen, was ihr haben wollt. Ihr könnt einfach alles reinkopieren, wenn ihr das wollt. Ihr wisst, Linux kann man einfach runterladen und dann auf eine Platte draufschmeißen und schon hat man wieder ein lauffähiges Linux in den meisten Fällen. Das heißt, ihr könnt euer komplettes System da backupen und es funktioniert wunderbar. Aber jedes Gigabyte kostet, deswegen muss man hier eben natürlich sich überlegen, ob man jetzt sein komplettes NAS irgendwie da hochladen möchte oder ob man das dann halt unverschlüsselt über die Windows-Software hochladen lässt. Okay, so viel von meiner Seite. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mir gerne Feedback da. Wie gesagt, lasst mir gerne eure Lösungen für ein Backup da und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Ciao.